künstliche intelligenz das ist letztlich ein oberbegriff und selbstverständlich gibt es hier auch einen kurzfristigen hype und ich werde euch gleich eine aktie zeigen die meines erachtens ein ganz klassischer hype kandidat ist und eine um die ich einen bogen mache es gibt aber tatsächlich auch den mega trend der hat schon vorher begonnen der wird sich vermutlich jetzt noch mal beschleunigen und es sind gute alte bekannte die hier davon profitieren werden in einer aktuellen studie von goldman sachs werden diese aktien aufgeführt ich möchte sie euch zeigen legen wir los ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe es geht euch gut ja künstliche intelligenz darüber wird es noch zahlreiche videos geben zahlreiche podcast zahlreiche blogbeiträge und selbstverständlich macht sich jeder ein eigenes bild davon es geht heute nicht um die vorstellung um uns ob uns john connor wie in terminator rechtzeitig gewarnt hat eines ist auch klar wenn diese künstliche intelligenz eine superintelligenz wird und man dann gemessen nach menschlichen maßstäben von einem iq spricht der eben ja was ist bei uns hochintelligenz ich glaube ab 145 gilt schon als relativ clever und schlau wenn wir dann von einem iq sprechen von 1000 oder 1500 dann sehe ich schon die gefahr dass wir dem nutzlos ausgeliefert sind heute ist es allerdings noch nicht so weit und heute möchte ich das thema etwas geerdeter angehen also was ergibt sich für die unternehmen die man vermutlich hier auch im verdacht hat was ergibt sich hier an zusätzlichem ertragspotenzial was für kursziele sieht goldman sachs in der studie und an dieser stelle auch der hinweis wer lust hat sich damit zu beschäftigen und das sind vermutlich die meisten von euch weil es ein enorm spannendes thema ist ich habe mir gestern noch ein video angesehen für mich zumindest war mal was die fähigkeiten von chat gpt angeht aber auch was chat gpt eigentlich nicht leisten kann habe ich ein interessantes video gesehen die meisten von euch werden ihn kennen das muss ich zumindest annehmen bei über 340.000 abonnenten professor dr christian rieck chat gpt so intelligent wie ein kind in klammern künstliche intelligenz also ich habe ich das video hier unten mal verlinkt für mich war ist hier gerade der begriff was ist das eigentlich was ist intelligenz was ist künstliche intelligenz wann wird es für uns möglicherweise gefährlich also für mich war das video ganz interessant ja 38 minuten lang aber es geht hier natürlich auch um ein etwas komplexeres thema also für mich war es ein interessantes video schaut euch an wenn ihr ein bisschen mehr zu dem thema chat gpt wissen möchte an dieser stelle auch noch der hinweis bitte erwartet jetzt keine ganz großen überraschungen was die profiteure von generative ai angeht ich möchte euch meine drei favoriten und wir sprechen hier über die nächsten 12 bis 24 monate gerne vorweg schon nennen das sind microsoft das sind google und das sind nvidia nvidia insbesondere hat allerdings auch schon ein sehr schön run hingelegt das heißt ich bin nicht investiert in die aktie ich bin auch in microsoft nicht investiert und ich bin derzeit auch nicht in google investiert wobei die beiden erstgenannten aus meiner sicht zumindest unter technischen aspekten derzeit ganz interessant aussehen ich möchte noch eine aktie hinzufügen die in dieser studie nicht auftaucht die aber meines erachtens eine rolle spielen wird in den nächsten jahren und das ist vielleicht überrascht euch das apple weil apple wahnsinnig viel investiert hat hier geht es im wesentlichen auch um augmented reality das fließt ja teilweise ineinander über diese themen aber ich hätte es wäre würde mich sehr überraschen wenn apple derart viel investieren würde wenn da nicht demnächst irgendetwas käme wo man dann durchaus wieder sagt okay hier ist ihnen etwas gelungen ob es dieser iphone moment ist wie es die bank of america beschrieben hat hinsichtlich der künstlichen intelligenz das lassen wir mal dahingestellt aber es wäre eben auch nicht das erste mal wenn apple dann positiv überraschen würde und so langsam wäre es ja mal auch wieder an der zeit in der studie von goldman sachs spielt apple allerdings keine rolle wird hier also weil sie eben im bereich der generative ja eigentlich nicht tätig sind stand jetzt wie gesagt apple ist ganz hoffen eine black box gewesen für uns aber so wie es aussieht machen sie da relativ wenig haben eben nicht ihr eigenen bot da auf den markt gebracht deswegen tauchen sie hier in der studie nicht auf wir schauen rein in die studie so das ist die studie von goldman sachs vom 26 märz 2023 also relativ frisch und es geht hier um jetzt wirklich greifbare potenziale wie eben schon angedeutet eine vielfalt an entwicklungsmöglichkeiten furchtbarer art und wunderschöner art können wir uns vorstellen sind hinsichtlich der künstlichen intelligenz es geht hier aber um generative ai also das was wir derzeit auch greifen können an entwicklung das ist also die verarbeitung von texten videos bildern und so weiter die verarbeitung weiterverarbeitung und das was die unternehmen daraus machen können dass jetzt die aktien die hier genannt werden die global player sind ist auch nicht verwunderlich das macht es aber nicht weniger interessant es gibt und aktien die haben sogar das ai im kürzel beziehungsweise im namen wie c3 ai aber ich habe mal nachgeguckt weil ich so ein bisschen salopp formuliert habe alles was ai derzeit im namen schon drin hat kann man eigentlich unter ertragsgesichtspunkten vergessen weil die alle noch kein geld verdienen und es ist auch überhaupt nicht absehbar wann sie geld verdienen und dazu stehe ich auch es gab bei dieser aktie einen massiven short squeeze ja also in der spitze bei 33 gestern ist sie offensichtlich massiv eingebrochen dann auch wieder für mich ist das ein hype nicht mehr ich weiß nicht wie die ich den fairen wert einer aktie bestimmen soll bei der noch nicht absehbar ist wann sie und auch nicht mit welchem produkt sie geld verdienen wird nochmal es ist durchaus typisch wir haben es in vielen vielen hypes erlebt dass dann unternehmen die besonders gutes marketing gemacht haben davon profitieren aber ich halte mich von denen komplett fern wer sagt ich habe kann den short squeeze hier in irgendeiner art und weise antizipieren bitteschön das wird immer mal wieder passieren denn es gibt eine menge short seller bei unternehmen die kein geld verdienen aber meins ist es nicht wir sprechen also über umsätze und damit auch gewinne bei den allermeisten dieser unternehmen nein bei allen dieser unternehmen die goldman sachs hier in dieser studie nennt die dann auch wirklich greifbar sind das potenzial was hier goldman sachs in dieser studie bespricht liegt bei rund 150 milliarden jetzt kurzfristig gegenüber 685 milliarden die in der software branche erzielt werden also ein zusätzlicher tragspotenzial von von etwa 150 milliarden rund 20 prozent kurzfristig auf sicht von zehn jahren sollen es laut dem goldman sachs macro team rund sieben trillionen das sind also unsere billionen sein die im global economic growth also im globalen wachstum hinzukommen ich habe noch ein bisschen geguckt es gibt andere die sprechen von 15,7 billionen bis 2030 zum beispiel die bank of america die hier von diesem iphone moment spricht aber wir schauen jetzt erstmal auf das kurzfristige potenzial und eins ist auch klar die vielen vielen gewinner und auch verlierer dieser entwicklung die sind zum teil heute ganz klar noch nicht absehbar es geht hier um einzelaktien und gerade wenn es um so einen großen trend geht dann darf man sich auch als jemand dann normalerweise überwiegend auf einzelaktien setzt durchaus über branchen etfs gedanken machen das habe ich heute morgen die meisten von euch werden es schon gelesen haben das ist die heutige ausgabe des reports ja da geht es darum welcher etf am geeignetesten am geeignetesten da fehlt irgendwas also am geeignetsten ist um diesen hype meines erachtens ist es mehr um diesen mega trend zumindest mal auf sicht der nächsten 10 vielleicht 15 jahre um diesen mega trend hier mitzunehmen und die verschiedenen anbieter die wir derzeit die haben wisdomtree x trackers lng amundi haben jeweils unterschiedliche gewichtungen in ihren etfs vorgenommen und deswegen schaue ich in dieser heutigen ausgabe darauf wenn ihr lust habt dann lest euch das nochmal durch die meisten von euch bekommen ihn wie gesagt schon wer nicht der kann sich hier kostenlos dafür eintragen und sich natürlich dann sofort auch die heutige ausgabe runterladen und jetzt schauen wir auf die favoriten aus sicht von goldman sachs wahrscheinlich kein wunder dass microsoft hier als erste aktie genannt wird das pt also das price target von microsoft wird leicht angehoben von 325 auf 300 von 315 auf 325 us dollar das überrascht jetzt nicht so wirklich weil die letzte präsentation die ich gesehen habe ich habe hier jetzt keine neuerlichen technischen anpassung vorgenommen der blaue pfeil hat aber offensichtlich gepasst bei der letzten technischen analyse microsoft der umsatz der zusätzliche umsatz 2024 könnte laut eigenen angaben bei rund 6 prozent liegen also die vorstellung weil chat gpt jetzt so ein mega erfolg ist ist es zweifellos kostet aber auch wahnsinnig viel geld die vorstellung dass damit jetzt sich die umsätze von microsoft in naher zukunft verdoppeln oder gar verdreifachen weil sie eben an open ai beteiligt sind beziehungsweise die hälfte übernommen haben die sind einfach abwegig so viel verdient man dann mit diesem abo modell noch nicht und derzeit werden ja keine dienstleistungen außer haus vergeben in bing das ist die ganz große frage wird bing als suchmaschine so marktanteile gegenüber google gewinnen weil sie eben jetzt die ergebnisse von chat gpt mit einfließen lassen meines erachtens muss man das tatsächlich noch mit dem fragezeichen versehen denn wir kommen gleich dazu auch google ist natürlich nicht vollkommen untätig also ja microsoft sieht mal grundsätzlich sowieso schon nicht so schlecht aus neue tiefs sind unter technischen aspekten sehr viel unwahrscheinlicher geworden wer also hier eine sowieso schon bewährtes geschäftsmodell haben möchte der ist sicherlich mit microsoft ganz gut bedient wobei man auch sagen muss microsoft geht jetzt ein echt hohes risiko ein also sie investieren auch sehr viel ich will nicht sagen sie gehen all in aber das was ich microsoft hier strategisch ausgedacht hat das ist ganz klar darauf abgezielt weil sie eben chat gpt ja auch in ihr neues windows programm mit einbauen wollen also das muss dann auch sitzen das muss auch klappen und das muss insbesondere auch seinen derzeitigen vorsprung dann halten ansonsten vielleicht ist es gerade für so ein großes unternehmen ja dann durchaus auch positiv zu werten dass sie dieses risiko eingehen aber man sollte sich als anleger dieses risikos natürlich auch bewusst sein denn wenn es schief geht wenn also jemand anders schlicht und einfach bessere ergebnisse liefert dann ist in dem fall der gesamte konzern davon betroffen und wir haben bei facebook erlebt was passieren kann wenn man eine ganz große strategische entscheidung trifft und der markt sagt nee und die umsätze sagen auch nee also facebook lebt nach wie vor vom advertising geschäft also vom werbegeschäft aber die große meter war strategie die hat sich bisher noch nicht durchgesetzt also microsoft wird als ein kandidat genannt und der nächste ich gebe es ganz offen zu ist für mich der überraschendste auch der wo ich selber noch mal sehr viel genauer nachschauen muss das ist salesforce hier ist auch die die diskrepanz zwischen dem aktuellen kurs und dem preisziel von goldman sachs am größten 325 us dollar kurs ziel bei salesforce für mich war es in der analyse immer ein klassisches saas unternehmen also software es ist service oder es ist product ja zum teil auch und goldman sachs sagt jetzt allerdings dass bei salesforce wir springen mal kurz rein lasst mich schauen alphabet überspringen wir ganz kurz kommen gleich noch dazu also goldman sachs glaubt dass salesforce durch die ergebnisse von einstein gpt das ist letztlich etwas ähnliches also auch hier geht es um eine generative ai dass sie diese kundendaten also alles rund um ihre customer relation management das ist ja letztlich ihr produkt dass das so viel effizienter und besser wird für den kunden dass sie letztlich auch höhere erträge erzielen ob sich daraus dann ein solches re rating ergibt und die aktie 50 prozent 60 prozent mehr wert ist für mich hat sich das bisher noch nicht erschlossen ja muss auch sagen hier gab es nur eine gegenbewegung die aktie sieht von denen die man gleich anschauen technisch mit am schwächsten aus ich will es aber schlicht und einfach nur weil ich jetzt diesen business case so noch nicht sehe will ich es nicht abtun das ist natürlich gerade dann spannend wenn es nicht zu dem passt was ich hier sehe aber ich nenne es euch einfach mal in der studie hier mit ja salesforce für mich ein kandidat den ich so nicht auf der pfanne hatte ich werde beim nächsten mal mit drauf schauen vielleicht in einem der nächsten reports dann meine wenn es denn welche gibt neuesten erkenntnisse mit einfließen lassen so wir gucken auf den nächsten wert adobe wird hier noch genannt aber ich finde spannender auf alphabet zu gehen schlicht und einfach deshalb weil der eindruck natürlich komplett täuscht dass hier alphabet seinen vorsprung den sie ja im bereich des der ai entwicklung hatten lange dass sie den jetzt komplett eingebüßt haben nur weil es chat gpt 3 4 oder beziehungsweise 3.5 gibt nach wie vor ist alphabet hier vermutlich einer der führenden treiber sie haben sich nur ganz lange entschieden damit nicht nach draußen zu gehen und jetzt werden sie durch die aktuelle strategie der anderen wohl gezwungen ihre eigene strategie dann auch anzupassen und dementsprechend spricht goldman sex in dieser studie aber weniger davon wie gesagt es geht hier um generative ai weniger davon dass jetzt diese die entwicklung in der künstlichen intelligenz dazu führen dass alphabet morgen eine seine suchmaschine anpasst das wäre natürlich disruptiv für die eigene ja wenn also die eigene künstliche intelligenz die ergebnisse auf google so viel verbessern würde was wahrscheinlich technisch eine alternative darstellen sollte dann haben sie natürlich das problem dass das advertising geschäft dadurch massiv beeinflusst wird denn das ist ja gerade der witz das ist das womit bing dann werben will also bing von microsoft indem sie sagen du brauchst nicht mehr fünf mögliche ergebnisse bing liefert dir das beste ergebnis dann fallen aber die ersten fünf sechs werbeanzeigen die wir ja bei g jeder google suche haben die fallen dann natürlich weg ja normalerweise hast du ja heute ein produkt und dann bekommst du die ersten drei vier fünf werbung wenn du das eine ergebnis was direkt zu deiner suche passt geliefert bekommst dann sind diese werbeanzeigen deutlich geringer deutlich eingeschränkter oder gar nicht mehr vorhanden und damit wäre das natürlich disruptiv für das geschäftsmodell von google nichtsdestotrotz hat google natürlich auch ein großes cloud business und im cloud cloud wird definitiv gebraucht cloud ist ein absolutes wachstums business und darauf geht goldman sex hier ein und sagt google habe ein wachstumspotenzial wo das preisziel 128 dollar also ein gewisses aufwärtspotenzial sieht hier microsoft wie gesagt es geht entschuldigung goldman sex es geht hier um die kurzfristige einschätzung charttechnisch muss man sagen die aktie löst sich gerade hier so von dieser widerstands ehemaligen widerstandszone jetzt unterstützungszone nach oben ich finde das sieht kurzfristig tatsächlich ganz interessant aus Nvidia ist wahrscheinlich der gewinner des also ich nenne es immer mal AI hype obwohl es für mich die kurzfristige entwicklung ist für mich ein hype weil diese entwicklung natürlich auch jetzt also es ist noch nicht die superintelligenz die dafür sorgen wird dass das jetzt alles exponentiell innerhalb von monaten passiert vielleicht zumindest mal was die erträge der unternehmen angeht aber es ist natürlich was die bewertung angeht hat es schon gewissen hype charakter denn alles was da noch kommt wird sich über jahre hinweg entwickeln das hoffe ich zumindest dass es nicht schneller geht ansonsten werden wir nämlich definitiv nicht schritt halten können und Nvidia ist der klassische gewinner weil sie offensichtlich die leistungsfähigsten cpus haben die dementsprechend auch gekauft werden und die quartalsergebnisse zeigen es auch jeder der hier etwas machen möchte nutzt die produkte von Nvidia sowohl hardware als auch software in dem bereich es überrascht also nicht dass von all den aktien die hier in dieser studie auftauchen Nvidia a derzeit die besten wachstumsraten hat und b auch mit abstand und das ist so ein bisschen das problem am höchsten bewertet ist Goldman Sachs gibt hier ein kursziel aus von 275 dollar da sind wir und ich gebe es ganz offen zu ich war in Nvidia als gpt wie lange ist die erste version online ich kann es euch gar nicht genau sagen habe ich sofort gesagt okay Nvidia ist die antwort welche aktie soll ich sonst ansonsten jetzt in diesem moment kaufen ich habe sie gekauft ich habe damit einen gewinn gemacht und ich habe sie deutlich zu früh verkauft ich habe gesagt etwas was so steil ansteigt ich meine die aktie war im tief hier bei 112 dollar und hat sich weit mehr als verdoppelt ich habe gesagt so was braucht doch mal eine konsolidierung sowas ist heiß gelaufen das sieht im wochenchart ein bisschen harmloser aus ich will es mich will mich gar nicht rausreden also hier hat meine charttechnische analyse nicht gut genug gegriffen beziehungsweise ich habe mich zu schnell ausstoppen lassen ich habe also stand jetzt keine position mehr Nvidia in Nvidia ich hätte aber gerne wieder eine allerdings nicht auf diesem niveau wir müssten bei 275 dollar etwa mit dem 60 fachen 65 fachen des gewinns bewertet sein und das ist die aktuelle entwicklung also das was die analysten hier erwarten für den gesamten sektor ist da ja drin das entspricht den rosigsten prognosen die das unternehmen selber rausgegeben hat also wer jetzt meint ja aber jetzt kommt jetzt wachsen die erst richtig genau 60 facher des gewinns des angenommenen nächsten jahres gewinns unter berücksichtigung der tatsache dass er ein riesenthema ist also man kann es drehen und wenden wie man will die aktie ist nicht niedrig bewertet sollten wir noch mal eine schwächere phase bekommen des gesamtmarktes oder eine risk of phase momentan sieht sie ja gar nicht danach aus dann hoffe ich dass ich die aktie noch mal bekäme und wenn ich das mal als ganz ganz frommen wunsch formulieren darf irgendwo hier zwischen 195 und 200 dollar vielleicht auch 210 dollar hier unten irgendwo ich kann ja diese ehemalige unterstützungszone mal hoch nehmen da würde ich sie gern kaufen und wer sagt da kommen die nie wieder hin kann passieren ich kann aber die aktie nach so einem run auf so einem niveau schlicht und einfach nicht mehr kaufen und wenn das heißt dass nvidia einfach auf neue allzeitrost steigt dann muss ich eben in dem fall zusehen next amazon vermutlich die aktie die die allermeisten wenn es um generative ai geht gar nicht so auf dem schirm haben aber wir dürfen nicht vergessen nach wie vor obwohl sie leicht marktanteile verloren haben ist amazon die größte cloud anbieter auf der welt aws wächst nach wie vor und dementsprechend ist als cloud anbieter amazon auch direkt und indirekt meines erachtens ein profiteur dieser aktuellen entwicklung oder dieses aktuellen trends die aktie befreit sich gerade so stand jetzt ja das ist der schlusskurs von gestern abend aus dieser formation zur oberseite und daraus ergäbe sich dann weiteres aufwärtspotenzial ob wir jetzt in einem zug die 145 us dollar hier oben erreichen die goldman ansieht das ist ja bei goldman keine technische analyse sondern eine fundamentale analyse das kann ich auch nicht sagen ich bin allerdings langfristig in amazon investiert ich würde sie also auch bei 145 us dollar nicht verkaufen und man muss dazu sagen bei goldman das ist hier in der studie nicht mehr drin aber entschuldigung bei amazon meines erachtens könnte das unternehmen auch davon profitieren dass durchaus effizienter gearbeitet wird und zwar inhouse amazon betreibt ja und zwar mit sehr sehr vielen menschen die dort arbeiten eines der größten logistik und warehouse ketten auf der welt und wenn wir uns anschauen wie in anderen bereichen ich bin mir sicher dass bei amazon das schon großes thema ist eventuell auch schon eingesetzt wird aber vielleicht habt ihr mal davon gehört dass in einigen seehäfen diese form von ai machine learning das ist ja letztlich nicht ganz geschlossener begriff bereits zum einsatz kommt das heißt also in diesen seehäfen wo die container gelöscht werden das sieht teilweise chaotisch aus aber es gibt zwei häfen von denen ich das weiß dort werden bereits programme eingesetzt die für den außenstehenden chaotisch aussehen die aber tatsächlich bei der form beziehungsweise bei der reihenfolge wie container dort entladen und gelöscht werden also entladen beladen das ist ja letztlich ein prozess der ineinander übergeht und wenn man so etwas dann optimieren kann und so etwas geht sieben acht oder neun prozent schneller dann ist das etwas was hinsichtlich der kosten natürlich sofort aufs ergebnis durchschlägt also hier diese kleinen stellschrauben sind wahrscheinlich langfristig viel interessanter wenn herkömmliche industrien wo man sagt was hat das mit ai zu tun was hat das mit machine learning zu tun wenn die dann wirklich ihre prozesse optimieren können also immer dort wo sehr sehr viele menschen arbeiten gibt es in der regel auch sehr sehr viel zu optimieren ich denke auch an ein unternehmen wie walmart ja wann ist welches personal wo lager die gesamte form der 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 logistik annahme von paketen dann wird das paket irgendwo hingestellt das ist ja unglaublich viel potenzial welches sich theoretisch optimieren ließe das ist ein das ist ein prozess und das lässt sich auch nicht von heute auf morgen implementieren aber unter dem aspekt amazon ist einer der größten arbeitgeber gehe ich davon aus dass hier noch sehr viel hinsichtlich der effizienz zu machen ist ist jetzt nichts für die kurzfristige planung aber wenn jemand schon die grundeinstellung hat wie der gründer jeff bezos von amazon wahrscheinlich werden wir nächstes jahr von allen anderen überholt ihr habt das schon mal gehört ich habe schon besorgte mails bekommen ich als aktionär kann ich überhaupt noch in einem unternehmen sein wo der ceo beziehungsweise jetzt mittlerweile ist er an bord also der gründer sagt wahrscheinlich wird amazon links und rechts überholt genau die einstellung will ich ja haben denn dann wärst du dich dann versuchst du schritt zu halten und das ist für ein großes unternehmen manchmal schwieriger als für kleine unternehmen nicht umsonst sehen wir immer wieder diese zyklen zyklen dann die sättigungsphase und dann werden die unternehmen tatsächlich überholt im tech bereich und nun könnte es aber sein dass dieser zyklus dieser mega large caps hier durchaus noch verlängert wird durch die aktuelle entwicklung im bereich so wen haben wir wer fehlt uns noch microsoft google nvidia mns sales volt das waren die fünf ja das waren die großen fünf in der studie werden hier noch ein paar andere genannt nämlich adobe intuit und meta aber die fünf die ich euch gerade präsentiert habe die sind meines erachtens wenn ich das textlich richtig interpretieren konnte die die goldman sex am aussichtsreichsten oder als am aussichtsreichsten erachtet ja das passt für den moment noch mal der hinweis darauf wer sagt einzelaktien und das was der erichsen da gesagt hat das klang jetzt auch nicht so hundertprozentig sicher und so ist es der schaut vielleicht noch mal bei der aktuellen ausgabe vorbei dort bin ich auf die etfs eingegangen und natürlich die unternehmen die wir jetzt gerade besprochen haben die tauchen auch in diesen etfs wieder auf allerdings in unterschiedlicher gewichtung also anders als beim msi world ist eben da nicht ein etf der gleiche wie der andere das war's für heute dann hoffe ich dass ich keinem c3 aktionär auf die füße getreten bin und ja lasst es mich wissen was ist euer favorit und wenn ihr ansonsten noch irgendwelche gedanken habt zu der künstlichen intelligenz über die vorstellung von john connor hinaus also falls ihr den nicht kennt ja terminator dann lasst es mich wissen so oder so ein spannendes thema welches uns noch lange begleiten wird auf die verschiedensten arten und weisen also schönen abend